Musik Grüß euch liebe Kinder, der Kasperl und ich, äh, äh, Kasperl, wir sind auf Sendung. Grüß euch liebe Rinder, äh, äh, Kinder, willkommen auf unserem, wie heißt das nochmal, YouTube. YouTube, YouTube-Channel. Viel Sparen! Hallo Tim, grüß dich. Hallo. Hallo Kasperl. Ja, hallo Tim, was spielst du denn da Schönes? Äh, auf meinem iPad spiele ich. Auf deinem Eierbecher, das ist ja aufregend. Und was spielst du da? Pokémon. Pokémon? Schau, da sind Mautzi, Pi und Geb-Arbor. Na, die klingen ja lustig. Pokémon-Spielhaus heißt das. Na, dann fangen wir mal an, oder? Was denn? Hm, wollen wir so ein Puzzle machen? Ja. Aber ganz langsam, damit ich es auch mitkriege. Ja. Oh, toll. Wir sind großartig. Ich will noch eins machen. Lass uns weiterspielen. Ja. Da können wir noch nicht hin, aber ein guter. Schick die, äh, und Ottero. Hervorragend. Du hast das Puzzle fertig gemacht. Yeah. Weiter so. Sieh dir mal die vielen Risse. Das will ich nicht geil sein. Oh, da kann man den Pokémon ausbrüten. Das ist ja toll. Kimi, was machen wir denn als nächstes? Weiß ich nicht. Lass es uns herausfinden. Lass es uns herausfinden. Wie macht man das? Mach ich schon. Nur noch ein bisschen. Ich kann Geräusche aus dem Inneren hören. Ich muss noch einmal was machen und dann schlüpft es. Ich bin gespannt, was das ist. Ja. Ich zeig's dir. Was willst du machen? Ich will die Pokémons waschen und föhnen und regen und schneiden. Ab zum Friseur. Was möchtest du tun? Pokémon Pflege. Ja, Pflege. Die Regel sagt auch immer, ich soll mich pflegen. Ich will dir diese Pflege helfen, um dich um deine Pokémon zu kümmern und sie sauber zu machen. Achte darauf, was jedes Pokémon braucht. Das ist ja lustig. Schau mich, schau mich, schau mich. Weiter so. Hihii. Super. Juhu. Akrobat. Bautsch. Dreifachbehandlung. Oh. Ich zeig dir, warum es Dreifachbehandlung ist. Ja, aber langsam, bitte. Ganz langsam. Schlamm und dann. Der Taschbar ist ein bisschen langsam, weißt du. Gut gemacht. Diese Pokémon sehen schon wieder viel besser aus. Oh, toll. Dein Ei schlüpft. Ui. Wow. Du hast Togepi ausgebrütet. Ja, der ist ja süß. Du kannst etwas spielen. Großartig. Hier hast du ein neues Ei zum Ausbrüten. Wollen wir mal sehen, wie viel ich ausgebrütet habe? Ja, bitte. Was möchtest du tun? Ich habe Hunger mit knurtern Magen. Können wir uns vielleicht füttern? Also, ich meine, die Pokémons füttern. Okay. Ich glaube, ich habe aus Versehen auf den Pfeiler gedrückt. Macht nichts. Wo kommen wir nicht? Jetzt. Jetzt aber. Was möchtest du tun? Essenszeit. Juhu. Essenszeit, mein Lieblingswort. Gib jedem Pokémon die Bären, die es am liebsten. Und wenn es traurig ist? Oh. Das wollen wir nicht. Wir wollen dich glücklich sehen. Ja. Ami, 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 Ami. Holung. Jam, Jam. Ihr leckeres. Die habe ich dir genannt. Schau mal. Dein Ei hat einen kleinen Riss. Oh, schon wieder beim Schlüpfen ist. Ja. Weiterspiegel. Ja, Knobelnade. Ja, jam. Weiter. Such. Nein. Nein. Meinst du? Nein. Ham, 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 ham. Beschweig die. Schau, schau, schau. Schau, Kasper. Flieg. Ah. Hi, hi, hi. Flieg. Puckus, Puckus, Feli wusste, die Bäre fliegt. Habe jetzt schon alle gefüttert? Nein. Gut gemacht. Jetzt damit. Jetzt. Jetzt. Da sind die Relaxen drauf. Alle Pokémon sind satt und zufrieden. Oh, das höre ich gern. Timmy, kann man da noch was machen bei dem Spiel? Urfiel. Willst du mal die Sterne erkunden? Sterne erkunden. Oder Pokémon Lieder anhören. Ich möchte Sterne erkunden. Wie geht das? Ich zeig's dir. Wir müssen dort im Turm. Was möchtest du tun? Turm. Erkunde den Sternenhimmel. Verbinde die Sterne, um den Umriss eines Pokémon am Himmel zu zeichnen. Oh, wie schön. Schau mal, das sieht doch aus wie Pepeck. Hi, hi, hi. Das klingt lieb. Geschafft. Das sieht genau aus wie Pepeck. Hi, gut gemacht, Tim. Weiter so. Sieh dir mal die vielen Risse an. Weiß ich, Nobelnase. Lass uns weiterspielen. Ich sag's dir noch nicht. Es sieht doch aus wie Mabula. Jetzt male es mit dem Finger aus. Mach das, mach das. Mabula. Geschafft. Das sieht genau aus wie Mabula. Ich will jetzt was singen mit den Pokémon. Bitte, bitte. Timmy, kannst du das machen? Lass uns weiterspielen. Bingo. X. Pokémon Musik. Tippe auf Pokémon, um die Noten des Liedes nachzuspielen. Wenn du alle Noten in der richtigen Reihenfolge eingegeben hast, sind der Pokémon Chor für dich. Oh, das klingt ja toll. Schaffen wir das? Das schaffen wir. Das schaffen wir. Klingt wie ein Scherf. Das war mir. Oh, oh. Hi, 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 hi. Oh. Oh, oh, oh. Hi, hi, hi. Ich dachte, oh, oh, das ist scharfe. Also wenn wir nicht scharfe singen würden, klingt das? Ja. Ich glaube, das lassen wir lieber gut sein, oder, Timmy? Das ist nur so eine Stimme. Aber lustig. Schön schief. Schön schief. Das ist Wohin genau. So, Timmy, ich glaube, jetzt haben wir für heute genug gespielt. Au! Du hast Glumanda ausgebrötet. Oh, wir haben noch jemand ausgebrötet. Es ist Glumanda. Wir schauen mal zum Ende mal, wie ich ausgebrötet bin. Ich habe alle ausgebrötet. Ich brauche jetzt nur noch Geschwister aus, weißt du? Ich würde sagen, wir lassen das für heute. Ich habe so viel gesehen, ich bin schon ganz müde. Wir spielen dann später weiter. Aber jetzt sagen wir noch mal zur Kamera. Schau da in die Kamera rein. Und sagen wir tschüss, Kinder. Tschüss, Kinder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.